Ein besonderer Dank gilt sicherlich auch den Mitarbeitern momentan, die haben auch keine ganz so einfache Phase, ich sage jetzt mal, Thema Kurzarbeit heißt natürlich nicht nur für uns einen Einschnitt, sondern auch für die ganz besonders und dass die da alle doch großes Verständnis haben, wissen, was momentan abgeht und ich denke, dass wir da gemeinsam mal wieder rauskommen werden.